Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eben gerade hat es an der Tür geklingelt und ein Paket, auf das ich schon sehr, sehr lange warte. Und ihr vermutlich auch den Tam Tam Beauty hat es wieder getan und eine komplette Kollektion in die Drogerie gebracht. Und diesmal sind das die Classics. Wir haben den Schwamm, wir haben die Puder, wir haben ein Lip Kit, wir haben eine Palette. Und die werden wir heute auf Herz und Nieren testen. Ich bin super gespannt, wie die Produkte performen. Ich weiß, dass Tara immer ganz, ganz tolle Produkte rausbringt und gerade ihre Puder sind wirklich super beliebt und auch sehr, sehr gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Und falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt, damit ihr keine Drogerie-Update-Videos mehr verpasst. Ich habe den Aufsteller vor einer Woche schon gesehen. Das ist natürlich immer manchmal kurz ein bisschen früher raus, manchmal ein bisschen später. Was mir aber sofort aufgefallen ist, ist, wie voll dieser Aufsteller war. Also manchmal, der Platz ist meistens auf diesen Aufsteller, Hotspots heißen die auch, begrenzt. Aber der war wirklich voll gepackt bis zum Umfallen. Da waren mehrere Puder, mehrere Schwämme, mehrere Paletten, mehrere Lip Kits drauf, sodass sehr, sehr viel Produkt auch zur Verfügung steht. Und das finde ich eine sehr, sehr große Sache von Tara und ihrem Team, weil es A natürlich immer ein Risiko ist. Auf der anderen Seite kann dafür aber dann gesorgt werden, dass die Produkte da sind und sie jeder bekommen kann. Also wenn euch die Produkte interessieren, hüpft gerne mal bei euch in die Drogerie vorbei. Vielleicht gibt es sie auch online bei ihr auf der Webseite. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Nichtsdestotrotz, Tara erstmal schon mal einen herzlichen Glückwunsch. Ich muss eine Sache persönlich sagen. Ich erinnere mich an meine erste Glow, glaube ich. Und da bin ich so ein bisschen ziellos durch die Gegend gelaufen und habe Tara getroffen auf dem Weg. Und Tara ist stehen geblieben, hat mich umarmt, hat mich begrüßt. Sie wusste, weiß ich nicht, ob sie wusste, wer ich war. Vermutlich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber das habe ich nie vergessen. Und jedes Mal, wenn ich sie irgendwo sehe, was sehr, sehr selten ist, leider. Ja, sie ist eine herzensgute Person. Trust me. Ihr seht es, ich habe noch nichts im Gesicht und möchte auch gleich anfangen. Ich mache mal schnell meine Augenbrauen drauf und dann testen wir den Schwamm. Alright, die Augenbrauen sind drauf. Was mir gerade noch einfiel ist, wie schwierig es ist mit seiner eigenen Marke. Das ist nicht DM-Eigenmarke. Ganz, ganz wichtig, mit ihrer eigenen Marke in die Filialen zu kommen. Das ist eine großartige Leistung. Wir haben den Schwamm. Das ist der Perfect Sponge. Und was es dazu gab, extra, ist so eine Schwammhalterung. Finde ich süß, wenn man so einen kleinen Tisch hat oder so und das immer so ein bisschen ordentlich haben möchte, ist das gut. Ich weiß, was viele von euch immer stört, dass wenn der Schwamm schmutzig ist und man ihn auf den weißen Tisch legt, das sieht dann immer nicht so schön aus. Er fühlt sich sehr, sehr weich an. Er hat eine hohe Viskosität. Es ist so ein bisschen wie so viskoelastischer Schaum. Also das ist schon ein Unterschied zu anderen Beauty-Sponges, die nicht so langsam nachgeben, sondern sofort nachgeben. Wir machen wie immer erst mal eine halbe Seite. Ich nehme erst mal so ein bisschen Foundation ins Gesicht und nehme dann einfach den Schwamm und arbeite mir das Ganze ein. Er ist recht weich. Er fühlt sich sehr, sehr gut an. Und er saugt auch nicht so viel Produkt auf. Ich habe ihn aber auch wirklich sehr, sehr nass gemacht. Da müssen wir eh noch mal drüber sprechen. Ich habe das neulich bei TikTok gesehen, dass viele ihren Schwamm gar nicht nass machen. Freunde, was ist denn da los? Ihr müsst die Schwämme unbedingt nass machen, sonst ist nicht der Effekt erzielt, den man haben möchte. Wenn ihr mit einem trockenen Schwamm arbeitet, dann kann es passieren, dass der Schwamm einfach nur Produkt aufsaugt. An der Stelle natürlich dicker wird und ihr nichts mehr an Foundation im Gesicht habt. Also macht euren Schwamm wirklich, wirklich nass. Da ist auf einmal die Kamera ausgegangen. Ich habe einfach den Concealer auch noch mit dem Schwamm ausgeblendet, muss ich sagen. Er gefällt mir wirklich gut. Er nimmt nicht so viel Produkt auf. Das ist ein schönes, viskoses Gefühl. Also der ist nicht so klassisch. Der gibt nach. Er gibt nach, aber er geht ganz langsam wieder rauf oder auf und wird dadurch wieder größer und nimmt dadurch auch nicht so viel Produkt auf. Und ist sehr, sehr weich und ihr könnt schön präzise mitarbeiten. Wir probieren jetzt mal das Puder aus. Das gab es, glaube ich, schon mal in beiden Farben. Es gibt es einmal in Banana, also so ein bisschen gelblicher und in Transparent. Ich habe euch hier beide Farben mal geswatcht. Eins ist wirklich ein Stückchen gelber und eins ist wesentlich heller. Ich kann mich nicht mehr an eins der beiden erinnern. Ich weiß nur, dass ich die Formulierung davon sehr, sehr gut mochte. Deswegen probieren wir jetzt einfach auf jedem Auge eins aus und schauen mal, wie es bei meiner Hautfarbe funktioniert. Je dunkler ihr seid, desto gelblicher würde ich auch gehen. Also wenn ihr sehr, 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 sehr helle Haut habt, würde ich nicht das Banana Puder nehmen, sondern das Transparente. Ich denke mal, alles ab mir bis dunkler funktioniert mit dem Banana Puder sehr, sehr gut. Concealer ist ausgeblendet. Ich nehme jetzt dafür meinen Microfiber Multi-Tool Mini. Klopf erst ein bisschen ab. Und presse dann das Puder direkt hier unter die Augen. Und dann können wir das Ganze aufbauen, um zu Baking. Das mache ich persönlich immer ganz, ganz gerne. Ihr seht auch sofort so einen leichten Gelbstich, aber nicht so intensiv. Das Einzige, was dieser Gelbstich bei mir tun wird, ist wahrscheinlich, dass es so ein bisschen aufhält. Wir probieren jetzt aber doch nochmal das andere. Aber da nehme ich die saubere Seite, ich drehe das dann einfach um, gehe erst rein, ein bisschen in die Hand, fixiere das. Oh ja, auch schön. Okay, man sieht auch im direkten Vergleich den Unterschied. Hier ist es wesentlich gelblicher, hier ist es wesentlich heller und passt vermutlich vielleicht doch sogar bei mir gar nicht so schlecht. Ich fixiere jetzt einfach mit dem losen Puder so ein bisschen das restliche Gesicht, dass ich da ein bisschen Farbe habe noch und das Make-up einfach ein bisschen besser hält. Dafür ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und unter den Augen nehme ich das Ganze mal weg und muss sagen, oh, welche Seite gefällt mir besser? Ich würde fast sagen die gelbliche, oder? Was sagt ihr? Alright, Base sieht gut aus. Wir lassen das Ganze mal so ein bisschen einwirken und ein bisschen setten und benutzen jetzt die Face-Palette. Beziehungsweise ist das so eine Kombination aus Eyeshadow und Face-Powlers. Wir haben Blush, Kontur und Bronzer und ich glaube, die Farben gab es so auch schon mal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es sie wieder und das ist die Hauptsache, wenn man sie damals nicht bekommen hat. Ich nehme jetzt hier mal diesen abgeschrägten Pinsel und gehe in den Konturton. Man kann die Farben mit Sicherheit auch perfekt benutzen. Uh, um Gliedschatten zu machen, der ist super, super kühl. Und den blende ich aus mit dem Bronzer-Ton hier unten. Pigmentiert sind sie auf jeden Fall. Schön weich. Okay, sie sind sehr, sehr pigmentiert. Ihr braucht definitiv nicht viel. Und am Anschluss gehe ich gleich nochmal hier in diesen Blush-Ton. Der sieht sehr, sehr kühl aus. So ein bisschen in die Movi-Richtung. Ich fixiere das Ganze und dadurch, dass ich jetzt sehr, sehr viel Produkt genommen habe, nehme ich jetzt nochmal den Schwamm und arbeite mir einfach alles nochmal so ein bisschen in die Haut ein. Und nehme dadurch so ein bisschen Deckkraft mit weg. Und so sieht das Ganze super natürlich aus. Ich muss sagen, ich mag die Farben sehr, sehr gerne. Alright. Also, ganz ehrlich, der Contour-Ton ist wirklich krass. Ich habe viel zu viel benutzt. Er ist sehr, sehr pigmentiert. Ich bin es ehrlich gesagt auch einfach gar nicht mehr gewohnt, zu konturieren mit so pigmentierten Produkten. Ich habe einen Contour-Puder, das ist so leicht pigmentiert, dass du nichts machen kannst. Es passt aber sehr, sehr gut zusammen. Und auch in Kombination mit dem Bronzer und dem Blush, es sieht alles sehr, sehr schön warm und zusammenhängt aus. Wir haben aber natürlich noch die Lidschatten, die wir probieren wollen. Und im Prinzip könntet ihr natürlich die Farben unten auch als Lidschatten benutzen. Ich möchte heute aber... Ne, wir machen das so, wie Tara es vorgesehen hat. Ich nehme einen fluffigen Pinsel und gehe in den Ton hier. Es gab auch irgendwo noch so einen Namenszettel. Hier ist er. Das ist die Farbe Mylar. Und die setze ich mir hier einfach schon mal in die Lidfalter. She is here. Alright. Sie ist sehr pigmentiert. Und ich nehme meinen sauren Pinsel und gehe ganz leicht hier in diesen Blush-Ton mit rein. Damit kann man den dann natürlich auch sehr, 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 sehr gut ausblenden. Ja, passt perfekt zusammen. Und arbeite mir das Ganze einfach so ein bisschen hin und her. Also die Farben sind super pigmentiert. Und auch eine schöne Auswahl. Ich finde, es muss nicht immer dieses 22.000 Farben sein. Es reicht für den Alltag auch mal so eine kleine Palette. Und vor allen Dingen, ihr habt einen Spiegel mit drin. Ich habe hier jetzt nur noch die Folie mit drauf, dass es nicht reflektiert, wenn ich hier filme und ihr, weil ihr nicht, mein Gartenfenster seht. Die Kombination aus Lala und Mylar funktioniert extrem gut. Also die passen farblich vom Unterton auch sehr, sehr gut zusammen. Ich verdunkel mir das Ganze ganz, 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 ganz leicht mit Daddy hier außen. Nur so ein bisschen. Und nehme wieder den Pinsel von eben, um die Farbe auszublenden. Ich will nicht zu viel schwarz. Wir könnten auch sehr, 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 sehr dunkel werden. Machen wir heute nicht. Na yes. Dann nehme ich mir einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe Mama. Das ist so ein richtig schöner Schimmerton. Und den tupfe ich mir erstmal mit dem Pinsel hier hin. Und dann nehme ich meinen Finger sehr cremig, mache einmal den unteren Wimpernkranz, Mascara und bin gleich wieder da. Ich habe es natürlich nicht lassen können und musste den unteren Wimpernkranz mit dem Schwarz nochmal ausblenden. Und das ist eins der schwärzesten Schwarzschwärze, die ich jemals in einer Lidschattenpalette in der Drogerie gehabt habe. Die meisten sind immer so ein bisschen graustichig und blenden sich dann auch so grau aus. Das ist einfach Schwarz mit so einem leichten Blauanteil mit drin, der dafür sorgt, dass es noch schärzer aussieht. Farbtheorie ist was ganz, ganz Komplexes. Hat sehr, sehr gut funktioniert und mit ein bisschen Mascara. Sieht das Ganze schon so ein bisschen sultry aus. Wir haben aber noch was für die Lippen. Und zwar ein Liner in der Farbe Awe. Und den Lipgloss in der Farbe Maya. Und den probieren wir jetzt einmal aus. Der Liner ist so ein klassischer zum Anspitzen aus Holz. Hm, schöner, kühler Braunton. Ich gebe mir den mal komplett auf die Lippe, sodass ihr die Farbe erkennen könnt. Geht so ein bisschen in das mauveige Braun. Und der Lipgloss ist so leicht rosé. Packaging gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Auch dieser Beige-Ton ist sehr, sehr schön. Das ist eine sehr, sehr simple Lippe und eine schöne Lippenkombination. Und das waren Tatsache alle Produkte aus der neuen TamTam Beauty Kollektion. Ich muss sagen, ich liebe es. Die Face- und Lidschattenpalette ist sehr, sehr einfach zu benutzen. Die Farben passen sehr gut zusammen, sodass ihr nicht nur vier Lidschatten und drei Facepaletten oder drei Facefarben habt, sondern wirklich schöne Ergänzungen habt. Seid vorsichtig mit den Faceprodukten. Die sind sehr, sehr pigmentiert. Ähnlich wie die Lidschatten. Die Lippenkombination gefällt mir super. Der Schwamm, sehr, sehr schön. Ich habe nichts daran auszusetzen und bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Freut ihr euch, dass es sie wieder gibt? Ich bin auf jeden Fall super, super happy, dass Tara es wieder geschafft hat, so schöne Produkte in die Drogerie zu bringen. Vielen, vielen Dank ans TamTam Beauty Team, dass sie mir die Produkte zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Ende mit dran geblieben seid. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!